Und jetzt kommt hier richtig Fuego auf den Blue Carpet. Hallo Eleni, willkommen! Hallo, wie sind Sie? Vielen Dank. Ich bin gut. Siehst du absolut beeindruckend. Ich habe mich gefragt, hast du das alles selbst gemacht? Hast du viele Stylisten? Wie funktioniert das? Ich habe meine Stylisten, ich habe meine Team hier. Sie haben mich fixiert. Und sie bringen mich, boom, bist du bereit? Also, du wachst und sie sich drehen? Ja, das ist wahr, das ist wahr. Sie sind großartig. Sie finden, wie sie mich wollen. Und ich glaube, sie sind einfach. Und sie haben einen sehr guten Job gemacht. Danke. Wie lange hast du gearbeitet? Wie lange hast du trainiert? Es sieht aus wie viel Arbeit. Und ich würde gerne das machen. Ich würde gerne wissen, wie ich dance. Ich werde euch lernen, ich versuche. Aber es braucht viel Arbeit. Du kannst nicht so einfach machen, weil du brauchst und singen für drei Minuten. Nicht nur für eine, sondern für drei Minuten. Wir haben es gefühlt. Wir trainieren viel mit meinen Mädchen. Und ich bin so glücklich, dass die Leute lieben es. Und verstehen, wie schwierig es ist. Weil, manchmal, wenn du etwas machen kannst, und du sagst, wie sie verstehen, dass es sehr schwierig zu singen und dance. Aber sie verstehen es. Und ich bin so glücklich. Aber es sieht so einfach, wenn du es machst. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Weil, die gute Sache ist, ist es zu tun, etwas zu machen. Und ich mag es. Ich mag es. Ich bin so glücklich. Das ist wahr. In den letzten Minuten. Aber die Leute haben es mit mir gefühlt. Wenn ich auf der Stelle bin, dann werden sie es nicht gefühlt. Trust me. So, um mich zu fühlen, ein bisschen mehr glamourisch. Kannst du mir die basicke Dance-Move? Es ist so schwierig, aber ich versuche, dass ich nächste Woche, ich werde dir alles zeigen. was du willst. Diese Dress, ich kann nicht bis hier. Es ist so schwierig. Vielen Dank. Okay, okay. We'll leave you like this. Thank you so much. Bye bye Eleni. Bye.